Der FC Barcelona ist am siebten Spieltag von La Liga gegen Athletic nicht über ein Römi hinausgekommen. Im heimischen Camp Nou traf der eine wechselte Monier kurz vor Schluss für die Katalanen zum Ausgleich. In der ersten Hälfte hatte Oskar de Marcos die Gäste in Führung geschossen, Lionel Messi saß bei Barca zunächst ebenfalls auf der Bank, bereitete nach seiner Einwechslung den Ausgleich vor. Er lebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Am Samstagabend kommt es derweil im Bernabéu zum Showdown des Spieltags, Real Madrid empfängt Atletico zum Startderby. FC Barcelona, Athletic Bilbao 1 zu 1, 0 zu 1, Tore 0 zu 1, De Marcos 41, 1 zu 1, Munier 84, Real Sociedad, FC Valencia 0 zu 1, 0 zu 1, Tore 0 zu 1, Gameiro 36. Rayo Vallecano, Espanyol Barcelona 2 zu 2, 1 zu 2, Tore 1 zu 0, De Tomas 6, 1 zu 1. Iglesias 19, 1 zu 2, Granero 45, 1, 2 zu 2, Kakuta 47, 11 Meter, SDI bei FC Sevilla, SA 18.30 Uhr, Real Madrid, Atletico Madrid, SA 20.45 Uhr, Hüske FC Girona, so 12 Uhr, FC Villareal, Real Valladolid, so 16.15 Uhr, Ude Levante, Deportivo Alavis, so 18.30 Uhr, Real Madrid, Sevilla, CD Leganes, so 20.45 Uhr, Celta Vigo, FC Getafe, Mo 21 Uhr. Fullstream 들어ging Fullstream 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 Vielen Dank.